Alles über Informatik in 90 Sekunden. Los geht's! Theorie, Fachwissen und praktische Kenntnisse der Informatik in einem. Wende Methoden und Werkzeuge der Informatik an und beteilige dich an ihrer Erforschung und Weiterentwicklung. Von intelligenten, verteilten, vernetzten und sicheren Systemen über Data Science, Algorithmen und IT-Sicherheit bis hin zu digitalen Medientechnologien und Human-Centered Computing ist alles dabei. Das Informatikstudium ist für alle, die Entwicklungen aus der Informatik nicht nur verwenden, sondern auch verstehen und selbst dazu beitragen möchten. Das Studium ist anwendungsorientiert und interdisziplinär. Wenn du willst, kannst du dich in deinem Lieblingsgebiet wie Data Science, Medieninformatik, Medizininformatik und Scientific Computing spezialisieren oder das eigenständige Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik wählen. Weiters kannst du auch deine ganz individuelle Ausrichtung gestalten, indem du eines der vielen Erweiterungskurricula der Universität Wien in dein Studium einbaust. Check deine Interessen im Online-Self-Assessment, beachte unbedingt die Registrierungsfrist und absolviere das Aufnahmeverfahren. Nach dem Studium kannst du neue Software programmieren, du organisierst, verarbeitest und findest Muster in großen Datenmengen, erstellst Simulationsprogramme für Prognosen oder schaffst Sicherheit für Computer und Daten. Für InformatikerInnen sind die Perspektiven am Jobmarkt außerordentlich günstig, mit hohem Gehalt und vielen interessanten Jobs in unterschiedlichen Berufszweigen und Branchen. SoftwareentwicklerIn, NetzwerkadministratorIn, HardwareentwicklerIn, Data Scientist oder ProjektleiterIn in der IT oder bei Startups, Unternehmensberatung im IT-Bereich, wissenschaftliche MitarbeiterIn an einer Universität oder in einem Forschungsunternehmen.